Hallo Freunde, willkommen zurück bei Frostpunk. Wir sind mit wenig Hoffnung, mittlerer Unzufriedenheit, gerade dran irgendwie das Beste noch rauszuholen. Wir sind am 21. Tag, es ist verdammt kalt. In unserer kleinen neuen Welt, sag ich mal. Und sterben täglich viele Menschen weg. Und viele wollen zurück nach London. Tja, was noch tun? Es gibt auf jeden Fall Plätze, die deutlich zu kalt sind. Die Heizkörper sind zwar an, aber bei minus 60 Grad, keine Frage, bleibt nicht viel Hoffnung. Trotz allem... Genau. Der Tag der Arbeit ist vorbei. Wir haben... Haben wir denn als letztes gebaut? Ich glaube, die Türme sind wir gerade am demontieren. Mal sehen, was danach passiert. Hier wird ein Krankenhaus gebaut. Denn wir haben viele, viele, viele Kranke. Und das wird wahrscheinlich auch unser Untergang sein, denn... Sonst gehen die Arbeitsplätze aus. Ich eröffne ein Krankenhaus. Ja, das kann ich wenigstens einhalten, weil es schon im Bau ist. Es ist doch mal was. So, wie sieht es denn mit unseren Jungs hier aus? Fünf Stunden. Fünf Stunden. Sieben Stunden. Also passiert einiges. Dann lassen wir mal... Beerdigungs-Theranomie... Drei Einwohner gestorben. Oh Mann. Also bevor die nach London können, sterben wahrscheinlich alle weg. Woher? Haben wir jetzt ein Krankenhaus eröffnet? Das ist aber noch außer Betrieb. Und wir haben keine Ingenieure. Okay, dann müssen wir mal gucken. Baracke. Die vielleicht aus der Sanitätsstation holen. Und ins Krankenhaus stecken. Hm. Ich bräuchte... Ingenieure. Dann kriege ich mal jetzt mal kurz Pause. Bräuchte Ingenieure. Ich glaube, die hole ich jetzt hier mal weg. Oder wo hole ich die jetzt weg, die Ingenieure? Was haben wir hier noch? Eine Jagd hatte. Ist gefüllt? Nein, ist doch nicht gefüllt mit Ingenieuren. Bitte. Auch Ingenieure. So, wir haben hier in der Kohle, in den Wachtürmen. Ja, ist klar. Aber hier noch. Sanitätsstation. Wir holen jetzt hier mal alle raus und tun alle ins Krankenhaus. Und schauen dann mal hier nach unseren Außenposten. Genau. Außenposten. Hier in seinem... Na, 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 na. Okay, alles klar. Hier in der Kohle. Okay. Okay. Was kann ich jetzt hier tun? Nichts. Ach, ein Außenposten-Team. okay das ist wahrscheinlich ein forschungsteil würde ich mal sagen dann schickt man die halt hier hin man das ist hart noch einen ganzen tag haben wir ziemlich viel zeit verschwendet hier so wir können gleich wieder ein gesetz erlassen und in einer stunde sind auch die da ich bin mir mal ein bisschen vor so drei einwohner sind gestorben ja wir sind angekommen wir kümmern uns kurz um nahrungsdiebstahl machen sollen sie fassen so wir schauen jetzt mal kolonie der vertriebenen zahlreiche unterkünfte meisterhaft aus gepressten schneeblöcken erbaut drängen sich um kalte erloschene feuerstellen eine tödliche stille liegt über der kolonie und wir haben überlebende gefunden sterbende vertriebene einige der vertriebenen geben noch lebenszeichen von sich wir können versuchen sie zu unserer stadt zu bringen allerdings könnten sie unterwegs sterben einer der sterbenden hielt ein tagebuch an seine brust gedrückt wir haben den letzten eintrag gelesen wir wurden aus tesla city vertriebener nahrungsmittel und treibstoff knapp werden haben wir die stärksten von uns losgeschickt um hilfe zu suchen sie sind unsere letzte hoffnung wir befürchten dass die armen yankees sind die wir begraben haben okay ja ich glaube wir eskortieren die nach hause wir eskortieren jetzt nach hause ich muss einfach menschen retten wir haben die sterbenden vertriebenen aus ihren schneehütten geholt und für die reise in unsere stadt vorbereitet einige erwachten aus ihrem todes ähnlichen schlummer und segneten ihre abwesenden freunde dafür dass die hilfe geholt hatten wir konnten ihnen nicht die wahrheit sagen noch nicht okay ja das wird wahrscheinlich das lager der amerikaner gewesen sein dass da dahin gerafft war und nur tote da waren werden jetzt trotzdem machen waren erfolgreich sehr schön werden jetzt trotzdem zu unserer stadt bringen und hoffen dass die auch ein bisschen hoffnung wieder reinbringen wir werden erstmal neues gesetz noch erlassen was haben wir denn hier noch ein wirtshaus wäre noch was oder neue gebäude wirtshaus ein oder den wirtshaus besuchen sind weniger unzufrieden die hoffnung steilt leicht an duell gesetz tödlichen bedrohungen ausgesetzt und können im duell gelöst werden unterzeichnen unzufriedenheit wird dauerhaft verringert jedes spontane duell verringert die unzufriedenheit etwas manchmal sterben einwohner bei dem duell okay ich glaube das würde ich unterzeichnen denn sterben tun sowieso gerade extrem viele und ja was soll ich machen da klar ist es ein spektakel das uns ein bisschen ablenkt aber außer betrieb weil zu kalt geht es verstehe ich die londoner gewinnen zusätzliche anhänger müsste das krankenhaus irgendwie näher bauen oder endlich irgendwas erforschen was mich ein bisschen oder was zusätzliches bauen ich werde jetzt was zusätzliches bauen um das zu heizen so ein dampf kern könnte ich den armen könnte hierhin bauen welche ziehe hin bauen dass man wenigstens krankenhaus heizen können da ist auch sehr kalt mich da eigentlich ein dampf kern irgendwo ne habe ich nicht würde ich sagen ich baue hier auch noch ein hin das sind so meine letzten versuche hier noch irgendetwas zu retten würde ich sagen weil die sterben mir gerade alle weg muss ich das tun jetzt keine leute gibt es keine nahrung keine rohstoffe keine neuen gebäude erwartet müsste ich mal genauer anschauen die die wirtschaft versprechen gehalten okay super wenigstens das da ist natürlich extrem kalt ich kann nur hoffen dass es jetzt langsam wieder okay da ist ein bisschen wird jetzt geheizt wenigstens das hat ja gerade noch so hingehauen sozusagen tendenz sehr hoch dass sie sich londoner anschließen jetzt gehen natürlich auch hier die leute aus und gehen überall aus okay wir lassen wir schneller laufen generatoren effizienz erhöht ok technologie überlastungskopplung dampfzentrum reichweite verbesserte heizkörper so die effizienz ist jetzt ein bisschen besser das bedeutet dafür braucht ein bisschen weniger ja ok hier ist natürlich überall sehr 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 kalt ich hoffe ja wir gehen zwei es geht zwei stufen wieder runter bis dahin müssen wir irgendwie durchhalten das werden wir auch schaffen bis dahin halten wir auch durch leichte frostbeulen hinten ist auf jeden fall noch ein kern a ok die dampfzentren laufen 24 stunden ja das ist natürlich jetzt wie gesagt ich kann nur hoffen dass die leute jetzt dann gleich kommen und dass wir gleich wieder ganz viel kohle aufbauen sonst wird es eng also 16 stunden das wird nicht reichen dann fällt unser generator aus die jagd in fort also ich brauche jeden fall kohle gerade ich brauche leute die irgendwie kohle rand schaffen ja hier habe ich zu wenig hier habe ich zu wenig weil zu wenig überall zu wenig leute wenn man da einmal gar niemand mehr drin der jagdhütte glaube ich werde mal eine jagdhütte leer machen hier und hier leute rein wenn es im wärmer wird und hier auch noch leute rein ich glaube eine station wenn ich jetzt abbauen ja ich muss irgendwie jetzt alles in die hand nehmen was geht was uns ein bisschen retten kann drei stunden ist einfach zu wenig ich werde jetzt von 6 bis 20 uhr und zufriedenheit steigt ich werde jetzt eine notfallschicht einlegen auch hier oh das hat uns viel unzufriedenheit gekostet aber unsere generatoren müssen einfach weiter laufen ich kann jetzt mal die wärmekamera anmachen das sieht nämlich richtig kalt aus hier überall das kann ich hier mal ausmachen kostet uns grad nur aber sonst bei minus 60 grad Leute wir haben zwar die effizienz ein bisschen gesteigert und die verbesserten heizkörper sollten auch gleich kommen aber eigentlich zu spät eigentlich ist es schon zu spät ok wir schauen mal eine stunde noch läuft er ok ich muss den jetzt runterschalten tot durch überarbeitung oh man ok setzt sie aus hat ja keinen wert die Bachrennen sollen sich drum kümmern wieso stehlen die denn jetzt das ist überhaupt nicht cool ok ja da muss gehen so lass mich doch nicht bestehlen hier in meiner stadt der muss die stadt verlassen für immer ja es ist hart so jetzt geht die temperatur gleich wieder hoch ich freue mich vor allem für meine Einwohnung aha minus 60 grad ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen aber wir haben nur noch für eine stunde kohle das ist genau wenn der tag wieder anfangen 8 bis 18 8 bis 18 ok schauen wir mal ich würde gerne dass die mal zurück kommen die meisten glauben ja immer noch dass London London alles cool ist ziemlich später sind zurückgekommen sehr schön so jetzt können wir hier wieder ein bisschen auffüllen überall wo wir keine Leute mehr hatten so ähm hier in den Türmen auch in den Türmen okay okay die warten jetzt wir müssen jetzt erstmal die Heizung hier an machen oh ja da ist man wenn man zu schnell am Mausrad dreht ist man gleich raus aus der Stadt so sehr schön verbesserte Heizkörper mal erstellt oh oh das ist zu kalt okay hier auch viel zu kalt okay lass mal die an das ist schon gut so die kann man auch an machen und so verbesserte Heizkörper das heißt wir müssen gleich weiter forschen keine Zeit zu verlieren Erkundung was haben wir denn hier aha was haben wir für Prick an der Anlage die Automatoren und andere fortschrittliche Geräte produzieren werden können okay Rohstoffe Dampfkohle Generator du musst erstmal wahrscheinlich das hier machen aber ich habe kein Stahl aktuell okay Essen ist gerade nicht unser Problem ich denke wir werden jetzt erstmal das hier machen dass sie schneller erkunden können und die dann mal ins Fischerdorf hier schicken so und die anderen sind sowieso noch vier Stunden unterwegs okay das ist okay da schau mal doch mal das kriegen wir doch ganz gut hin wann wird es wieder Kälte hier geht es drei Stufen runter hier geht es wieder zwei Stufen hoch das heißt wir sind dann bei 50 minus 50 Grad bis dahin sollten wir die Energieeffizienz auf jeden Fall hoch schrauben ähm wir haben hier gerade ein Essens Problem zu kalt die Heizung aus noch müsste die Heizung aus ah weil wir keinen der Generator für drunter wir haben keine Kohle mehr okay Dampfstufe 1 auf jeden Fall oh jetzt sind natürlich alle Heizungen ausgegangen ganz schnell alle Heizungen wieder an okay sollte jetzt wieder alles laufen soweit wir werden jetzt aber schnell hier schauen die Warte nämlich eine heiße Quelle tief unter der Erde sorgt dafür dass mehrere Teilchen nicht zufrieren widerstandsfähige Flechten klammern sich an den nackten Felsen an ihren Ufern das hier scheint ein guter Ort für ein Versteck zu sein Reis des Überlebens wir haben bei den Frischwasserquellen einige Flüchtlinge aus Winterheim aufgefunden sie bieten einen traurigen Anblick und das Schicksal ihrer Stadt scheint sie völlig kalt zu lassen wenn man sie fragt wie sie die Hungersnot überlebt haben weichen sie unseren Blicken aus um Murmeln etwas von Flechten die sie gegessen hätten okay mal in der Kinder und Erwachsene hm ich glaube ich schicke sie zur Stadt und ich würde noch hier gerne in die versteckten Höhlen gehen kann sie diesmal nicht begleiten hätte ich jetzt irgendwie noch wahnsinnig tolles Zeug gefunden dann hätte ich sie auch begleitet okay das war's für diese Folge ich bedanke mich fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da kommentiert und abonniert wir schauen noch ganz kurz hier rein mehr Krankheit Krankenbetten benötigt okay ich würde versprechen okay gut wieder mal ein Versprechen mal sehen ob wir es halten können vielen Dank und Tschüss